Da machen wir nämlich schon so, ups, wie das hier am Rand aussieht, ist ja eigentlich schnuchzpiepe, Hauptsache die Treppe geht so runter, dass ich alles weg hier eigentlich ein bisschen Überblick habe. Weiche von mir, Satan. So. Nein, man muss weg. So. Wieder tiefer, das heißt so, und dann müssen wir da drunter. Ich bin voll. Ich bin voll. Das nehmen wir. Okay. Äh, da muss der weg, da muss weg. Gib mir das. So, jetzt müssen wir hier wieder ein tiefer. Du musst weg. Okay. Wäre dann vielleicht einen kleinen Tacken besser, wenn wir dann schon hier so runter gehen. Okay, das machen wir erstmal weg hier alles. Dann sind wir nämlich schon fast unten. Das sieht doch gleich schon besser aus. Wenn wir dann nämlich hier so runter gehen. So, das lassen wir hier so. Bleibt ja dann beim Zweier. Lass mal hier gucken, wie wir das jetzt hier regeln. Weg da. Halt, das war zu viel des Guten. du bist, was ich sehr gut soANT. Ich bin voll. Ich glaube irgendwie so. Ich bin voll. Ich bin voll. Ich bin voll, ich bin voll. Äh, blö, bö, bö. Das bleibt hier. Äh, blö, blö, blö. Das bleibt hier. Sind's, blö, blö, blö. Das ist mehr ähnlich. Okay. Würden wir bedeuten. Äh, blö, 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 blö. Nimm mal weg da, du störst. Ich sehe uns nichts. Das müssten wir irgendwie anders regeln. Sonst müssten wir das so machen. Irgendwie. Ja, so. Da machen wir ein paar Sand hin. Das ist dann Wurst. Okay. So passt das doch schon. So, da kommt der Sand hin. Hier kommt auch eben kurz Sand hin. Damit wir da den Slap setzen können. Läucher hätte ich aber da lassen können. Damit wir das so machen können. Okay. Der bleibt da einfach. Das weiß ich noch so ein bisschen kaschieren. Okay. Das gleiche machen wir auch da. Passt schon so. Okay, die Mauer geht eigentlich. Da kann es nichts gegen sagen. Hier kommen dann die hin. Ne, das hätte bleiben können, oder? Ne, muss weg. Warte mal. Müssen wir so. So machen. Hier machen wir dann so. Und hier kommt dann mal ein Kies hin. Die Ecke ist natürlich dann jetzt ziemlich steil. Also sonst geht das mit dem Ding hier nicht so mal auflaufen. Aber klappt das da auch wieder nicht. Aber wir kaschieren das so. Ich weiß ja nicht, wie ich das sonst kaschieren soll. Und hier ist halt ja wieder Wurscht. Hier machen wir mal einfach mal Kies hin. Und hier müssen dann wieder die Halben hin. Ne, das passt da so gar nicht. Hallo? Irgendwie habe ich gerade ein ganz großes Fragezeichen auf meinem Haupt. Das geht so. Das kann man so lassen. Da kommt man hier so schön hoch. Das funktioniert auch. Dann müssen wir hier noch eins zurückgehen. Das wüsste ich jetzt nicht, wie wir das regeln sollten. Na gut, das ist ja nicht schlimm. Und dann gehen wir hier einfach noch. Das lasse ich so. Anders geht es ja nicht. Ich hätte ja lieber gehabt, dass das gleich ist. Aber von der Treppe, dass das hier so ist wie hier. Obwohl, das geht natürlich. Könnte man natürlich machen. Dann müssen wir das jetzt hier weg machen. So machen. Warte mal. Das ändern wir. Das ändern wir. Dann muss ich die alle wieder wegkloppen. Da stimmt das schon mal. Das heißt, der kommt weg. Der kommt so. Doch, das geht. So groß ist der Aufwand dafür jetzt auch nicht. Da. Passt doch. Ja doch, so geht das. Und hier könnte man auf Ecke zum Beispiel jetzt eine Laterne setzen, würde ich mal sagen. Damit das so als kleiner Abstand ist, dass man hier nicht so richtig die Knochen bricht, weil das etwas tiefer runter geht. Kann man so anbieten, finde ich auch gar nicht mal so verkehrt. Und hier macht man dann wieder so ein bisschen, habe ich eigentlich nur Sandstein mit. Sand, 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 Sandstein, habe ich noch mit, wunderbar. Dann können wir nämlich hier wieder so ein bisschen Sandsteine reinschmeißen. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Aber jetzt. So. Und wieder einen rein. Zack. Und da noch einen rein. Zack. Und da. Und da. Wir können natürlich auch hier noch den Weg runter machen, so. Ja. Wir machen auch noch einen hin. Und dann wieder hier. Noch einen da. Da ist auch noch einen. Vielleicht auch noch da. Da auch noch. So passt das schon. Gut. Jetzt müssen wir uns nur noch einig werden, wo wir die Laternen hier machen. Sollen wir das hier lassen so steil? Oder sollen wir davon noch ein bisschen was von dem Berg weg machen? Wir könnten ja eigentlich so ein bisschen... Äh, jetzt ist das Allzunstimmung, wenn wir hier noch ein bisschen was weg machen. So tragisch wäre das jetzt nicht. Geht doch eigentlich, wenn wir hier noch ein bisschen was weg kloppen. Geht doch. Dann machen wir den auch noch weg hier. Ja. Ja. Das ist ja nicht ganz so aufdringlich. Gucken wir uns mal von unten an, wie die ganze Geschichte aussieht. Das hier gefällt mir ja noch nicht so ganz. Nee, das gefällt mir auch noch nicht so ganz. Das müssen wir hier anders regeln. Das muss nämlich auf der gleichen Höhe sein. Und dann... So. Oh, es geht dunkel. Schnell. In die Puffe. Achso. Es hat schon mal angefangen, was das ist. Gefragt. Für was das ist. Kannst du ein Pferd anleihen? Dafür ist das gedacht. Gut, bis jetzt waren wir hier mal monsterfrei. Das ist ja sehr schön. Ja, jetzt geht er doch mit dem Weg. Also kann man sich nicht beklagen. Sieht gut aus. Jetzt sehen wir das Ganze noch beleuchten. Dann sagt er beim Glowstone. Da haben wir Glowstone. Gut. Ähm, das haben wir auch. Brauche ich sonst noch was? Ja. Nee, eigentlich nicht, ne? Dann können wir das zusammensetzen. Wir müssen noch mal gucken, wie wäre das am besten? Die Glowstone. Die Glowstone. Ich würde sagen, wir machen hier direkt gegenüber eine. Da. Die nächste. Hauen wir hier hin. Klappt das? Ja, es klappt. Wunderbar. Das auch. Die andere machen wir dann. Genau hier hin. Sehr schön. Dann machen wir noch eine hier hin. Und die andere machen wir, wie ich gesagt hatte, dort. Oh. Dann machen wir die da hin. Und du kommst da weg. Dann kann man nämlich der Laterne hier so ein bisschen ausweichen. Das ist vielleicht ein bisschen besser. Obwohl die dann wieder zu nahe ist. Ich verlege gerade, was ist das denn? Ich hätte die schon ganz gerne da. Gehe ich ja nicht wegen Half Slap. Oder wir verlassen das so. Das heißt, wir machen da gar keinen hin. Wir machen da auch keinen hin. Wir machen dann halt nur einen in die Ecke hier. Hüpf. Ah doch, das ist egal. Das ist nicht ganz so tragisch. Das wäre jetzt da so ein bisschen... Das gefällt mir auch nicht so ganz hier. Jetzt habe ich da bei einem schwebenden Busch. Das ist auch blöd. Machen wir mal wieder Sand hin. Sand, dachte ich. Oder wir machen er den. Er ist vielleicht doch besser. Das sollte rüber wachsen. Und das wächst auch rüber. Okay, jetzt haben wir da eine Laterne. Da eine Laterne. Das ist vom Abstand her okay. Okay, ist ein bisschen halt... Was länger, was nicht. Das macht nichts. Doch, das ist schon so in Ordnung. Das passt schon so. Gut, dann räume ich mal so ein bisschen mein Inventar auf. Oder soll ich noch so ein paar von diesen... Sag mal schnell von diesen Samen setzen. Dann könnte man noch so ein paar... Das ein oder andere... Getreide setzen. Nur so, weil wir es können. Macht sich vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Warte mal. Wenn wir es so machen. Und einfach mal da so ein hinsetzen. Dann wächst ja. Vielleicht sieht das ja auch gar nicht mal so schlecht aus. Wenn wir hier so... Schwinde mal da drauf. Und mal so machen. Ich verlege gerade mal noch, wie irgendwo in irgendwelchen Stellen sowas hinsetzen können. Habe ich eigentlich noch Dings mit. Nein, ich habe keinen Bambus mehr mit. Sonst könnte man noch das ein oder andere Bambus setzen. Und hier könnte man... Aber hier könnte man... Nein, zu spät. Ha! Warum denn nicht? Und hier so... Weg machen kann man es immer noch. Das ist ja nicht das Problem. Nein. Na doch, sieht ganz okay aus. Na, da wird dann was wachsen. So in der Ecke. Passt schon. Da wächst dann auch was. Könnte man hier vielleicht auch noch irgendwo... Hier vielleicht noch so in der Ecke. Oh, da ist schon Gras drauf, ne? Höheres. Ich überlege gerade. Nein, wir wollen das ja nicht unbedingt übertreiben. Das lassen wir mal so. Das wird doch schön wachsen. Das sollte eigentlich auch bewachsen werden. Irgendwann, irgendwie. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Okay. Doch, passt schon so alles. Wo ist mein Essen? Da ist mein Essen. So, dann können wir hier so vorbeigehen. Da wird dann nur ein bisschen was von Getreide wachsen. Doch. Da haben wir noch Barmuster. Könnte ich mir eigentlich so mal die ein oder andere mal kurz ausleihen. Komm, dann mach ich auch mal eben. Das wächst eh nach. Vier Stück. Und du gibst mir auch noch ein bisschen was. Perfekt. Perfekt. Können wir nämlich da noch mal was verschönern. Und da kann man sogar den Weg sehen. Wenn man von der Hütte jetzt da kommen würde. Da. Ach, dann wächst du nur wieder, wo Wasser ist, ne? Habe ich Wasser einmal zu vielerweise dabei? Da haben wir ihn doch. Sehr schön. Könnte man... Könnte man, könnte man, könnte man... Verlieg gerade. Nein, nicht so einen Sandstein. Wir sind schon im Sand. Könnte ich den einfach weg machen. Dann machen wir ihn da so. Na, lass mich hoch. Ha. Okay. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder Wasser. Gib mir das. Na gut, das haben wir ja da auch so versteckt. Das passt.